Moin sind Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Daily Vlog und zwar gehen wir heute in die Stadt, denn ich werde mich dort mit meiner besten Freundin treffen. Bedeutet, wir werden jetzt einfach losgehen und ich bin mal gespannt, ob ich die Cinematics mit Premiere jetzt besser und geiler schneiden kann als mit Sony Vegas. Ihr werdet es sehen, also let's go! Hey, hier ist Jay aus dem Schnitt und ich kann mal ganz kurz sagen, ich dachte, das Video wird wesentlich länger, aber ich habe zum Schneiden der Cinematic-Aufnahmen sehr lange gebraucht, und da ich ja noch nicht so wirklich gut mit Premiere Pro schneiden kann und ich hoffe, ihr schätzt trotzdem die Arbeit hinter diesem Video und ja, jetzt kommt die Abmoderation. So Leute, ich bin mittlerweile wieder zu Hause und ich suche gerade nach einem guten Tarif für mein neues Handy. Bisher bin ich aber leider noch nicht fündig geworden und ich hoffe, ich finde da noch... Das ist ganz schön doof, kann ich euch sagen, wenn ihr ein Kack-Handy gerade besitzt und... Ja, das ist belastend. Auf jeden Fall, ich werde jetzt mal mich an den Vlog-Schnitt begeben, denn das ist ja wie gesagt alles mit dem... mit Adobe Premiere, genau. Und ich muss mich dann noch ein bisschen reinfinden in den Schnitt, aber ich denke, das schaffe ich. Und ich hoffe mal, ich kann die cinematischen Aufnahmen irgendwie cool unterbringen. Deshalb sehen wir uns einfach beim nächsten Video. Haut rein und ciao!